Der römisch-katholischen Pfarrer St. Martin an der Rapp und Neuhaus am Klausenpark Grüß Gott, Shalom, herzlich willkommen bei uns im Pfarrverband der römisch-katholischen Pfarrer St. Martin an der Rapp und Neuhaus am Klausenpark. Die beiden Pfarrern im Dreiländereck, Österreich, UNR und Slowenien im südlichen Bürgerland gehören zum Dekanat Jenisdorf. Die Pfarrkirchen zum heiligen Martin in St. Martin sowie zum heiligen Stephanus von Ungarn im Neuhaus stehen hier zusammen. Wir eröffnen diesen Kanal heute. Am Yes finden Sie hier Videos aus unserem Pfarrverband. Gute Unterhaltung.